Ja, für die Gegner sind sie auf jeden Fall auch. Okay, der Server darf jetzt immer wieder abschmieren. Keine Energie mehr oder was? Ah, fast 50. Dürften aber ein bisschen mehr sein, ne? Wow, ich habe die Terminals gefunden. Echt? Gleich am Anfang links, oder? Jo. Alles klar. Alles klar. Warum schreit der so? Vor allem, er darf doch noch gar nicht legal Counter-Stack spielen, oder? Ja. Ich meine. 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 Ja. Ich meine. 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 Hier noch was? Ah ne, hier war ich doch gerade drinnen, ne? Morde ist nichts. 44er. Test-Terminal. Oh ja Alter, mit dem ich eben alles verlande habe. Autsch. Gut, dass die nicht treffen können. Ja, normalerweise sind da richtig viele drinnen, aber... Ich habe die alle gerade umgebracht, deswegen haben wir auch gerade um die Zimmer. Ich denk's, dass alle umgebracht. War nur der Überbleibste, der überlebt hat. Hier, wo ich bin, da kann man... Ja, aber das schon. Da brauche ich das. Ja, richtig dumm, ne? Ja, stimmt. Ja, da sind auch Bobpläne da noch. Ja. Alter, wie viele sind hier denn krack gespawned, Mann. Das ist auch so, Mann, ne? Ja. Bei den Welsfallkasten kann ich hier auch noch knacken. Für mich ist hier halt alles klar. Das sind so Sachen, die spawnen nicht mehr. So, nur kurz da rein, ne? Jo. Ich find grad sehr viel Dings. Alu und Klebe, Mann. Das ist sehr gut. Das ist schon im Keller, das ist auch geiler Scheiß. Jaja, ich bin auch im Eckgeschoss. Das ist auch Baupläne für Rüstung. Und so, du wirst es jetzt herkommen. Guck mal, jetzt sehe ich kurz, wie du A-Logo gefunden hast. Ja. Hier, so ne? Hm? Naja. Irgendwelche Sachen. Salisbury State, nice. Naja, ich hab die Alu-Sachen hier markiert. Leuchtfacke, Leuchtpistole. Kannste ja Sachen markieren, die du suchst. Wie? Oh, Sascha, den Safe kann ich dir knacken, hier. Echt? Hier ist ein Safe. Cool. Ich dachte, du bist weitergegangen, weil es damit schloss ist. Er lädt. Er lädt immer noch. Möchtest du jetzt auf sein? Jetzt. Sonst würde ich sagen, wie du die markierst. Ja. Du musst dafür in so ne Werkbank gehen, dann auf ne Waffe. Und das, was dir fehlt, das steht irgendwie markieren. Und dann wird dir... Dann leuchtest du auf, oder was? Nee, dann ist da so ein Ferngla... So eine Lupe. Oder... Weißt du... Dann wird dir überall markiert. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf Schachtel Zigaretten bist, und du die für irgendwas Crafting brauchst, ist da so ein... Lupe. Oder... Und dann weißt du... Ha! Aus dem kann ich Aluminium machen. Ach, das meinst du. Ja, okay. Ich dachte, du drückst das so vorauf und das wird dir dann durch die Wand so wie so Missionen gehen. Dachte ich auch erst als Eiserstand markieren. Dachte ich auf der Map irgendwo... Oh... Oh... Hier läuft... Oh, ich hab ne Quass begonnen. Wir müssen... Der Orden... Geh ich hoch? Wie viele Stockwerke gibt's doch? Radar komm näher. Und so klein. Laborwerkbank. Nice. OP Tablett. Kann man Aluminium draus machen? Kann man? Ja. Also... Ich suche halt nach Aluminium und beim OP Tablett... Okay, warte. Wie genau hast du... Du musst auf so ne fucking Werkbank. Ja. Auf ner Waffen wecken. Aber ich weiß nicht, ob das hier klappt. Ja, jetzt gibt's hier eine. So. Und dann... Ist er ja ausgegraut, weil du's nicht hast. Ja. Dann steht da irgendwie... Markieren. Und dann läufst du durch die Welt. Und wenn du zum Beispiel ein OP Tablett findest, dann ist da ne Lupe. Und die Lupe heißt... Das brauche ich. Weil du kannst die ja auch verwerten, die Sachen. Und dann... Dann kriegst du die Sachen da raus. Oh, ich mach den fucking Keller nochmal. Den Keller solltest du auch nochmal. Sascha. Ja. Wow, die erste Etasche ist ja gar nicht so groß. Jetzt was ist los. Dann geh ich mal den Keller... Wie komm ich da hin? Hier wo ich bin. Ja wo du bist. Okay. Und hier ist alles voll mit Viechern gewesen. Das ist einfach hier durch den Loch. Und hier solltest du auch einmal rein. Und hier solltest du auch einmal rein. Nice. Neun Aluminium. Nice. Klebewand. Gut. Guck mal und deswegen loote ich auch nicht mehr alles. Weil ich genau weiß, was ich brauche. Ja. 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 Aber kannst du mal killen? Es wird angezeigt wo das ist dort. Ne. Sobald du jetzt was looten willst. Genau. Also du siehst zum Beispiel irgendwas. Boah das Ding ist... Ich hab noch mal so ein Sechster. Also... Lass das mal probieren. Sobald du jetzt einfach mal was noch probieren. Ja. 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 Boah. Ja. Alter wir lassen seine Essenstüten hier überlaut. Döme so was ne? Plastik-Teiler... Im Keller ist da nichts, also nichts Großes selbst. Naja, aber da neben einem Raum war doch... Achso, ich dachte hier wäre voll viel. Ich dachte jetzt so Gold-Miner oder so. Eine Kaffeekanne gibt fucking Aluminium. Schein. Ne, Plastik. Ja, Plastik hatte ich ja auch kapiert. Ja, stimmt. Da ist so eine Lupe neben dem, was so eine Lupe ist. Ja. Perfekt. Wesentlich. So, dann kann man hier auch wieder raus aus dem Teil, ne? Ja. Dann kann ich ja jetzt endlich zur Mine. Schnelle Reise jetzt. So langsam kriege ich auch wieder. Ja. 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 Nice. Ist auch eine Feuerteufeluniform. Wie sieht die denn aus? Glaubst du sie... oder? Ja. Gehen Sie sie bitte zum Prüfungsziel. Oh mein Gott, ich hab die eine Mission wieder. Die ganz oben. Die repariert den Markenautomat. Die hätt ich vorhin nicht mehr. Weil du leader warst. Achso, ne, die Mission hab ich aber auch noch. Die war am Anfang, als wir gestaltet haben, nicht da. Alles angenommen, Simon? Aber ich muss gar nicht in die Mine. Ich muss gar nicht in die Mine. Das ist die Prüfung. Nein, ich muss aber nicht in die Mine. Hol dir das Holoband, Information zur Abschlussprüfung der Feuertafel an. Musst nur noch anhören, glaub ich. Die Rüstung muss ich anziehen, oder? Nein. Einfach mal zur Abschlussprüfung. Willkommen zur Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant... Ach, jetzt muss ich da rein. Easy. 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 P. Kas. Bezzy. Lemon squeeze. Wap-pap-pap-pap. Wah-pop-pap-pap-pap.. Blut? 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 Superkleber. Oh, ich hab grad das erste Mal in so einem verbrannten Etwas gefunden. Einen Kronkorken. Geil. Alle bestimmt geschluckt. Bevor er gestorben ist. Warum liegt hier einfach Seife oben? Oh, meine Haarklammer ist auch geholfen. Ah, komm schon. Oh Gott. Du, 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 du. Aufgepasst, ich komme. Zeitbild. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Lass mal erst links gehen. Vier. Vier. Weiche. Da war ein Tagebuch drin. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ja, hab ich. Ne, ne, ne. Das hat nichts. Das ist einfach nur, um ein bisschen Story zu vermitteln. Weiche. Ja. Ja, das hat den da? Eine Kampfflinte plus. Eine Melone. Wow, was ist das für ein Teil? Aluminiumkanister. Kann Fritz immer aggressiv schauen. Das ist wie so ein Shotgun. Du Henrik, hier sind noch die Doppelläufigen. Hier ist eine. Ich weiß. Ich hab da auch ne Doppelläufiger. Seid ihr links? Ja, hier sind nur zwei, egal wo du rein gehst. Ah ja, wir sind links rein. Egal wo du rein gehst. Ja, muss links. Ah ja, wir fühlen uns fancy. Wir sind gut. Geh weg. Ihr stört alle. Da weiß jemand wo es links geht. Wie weiter als hier bin ich nicht gegangen tatsächlich. Du bist auf einmal wieder zurück gegangen, ne? Ne, ich bin hier gestorben. Ich bin hier noch im recht frühen Level reingegangen. Mit alleine, Mann, ist sie wirklich stark. Ja, Fusionskern. Endlich bin ich mal vor euch, gierigen Wichser. Ja, ja, ja. Ihr könnt euch nicht rausreden. Nein, nein. Hier ist die Baste weg. Finally. Nein, meine Pumpgun ist kaputt. Ja, die droppen ja auch keine. Hach. Ich habe auch meine OP-Waffe wieder. Weil ich so viel Muni habe. Doppelläufe geschoben. Sind die Waffen auch immer deren Level? Stimpak zu bauen. Nicht umgekehrt. Die Wester hat das Team vor einiger Zeit verlassen. Nur Minuten nachdem er fort war, hörten wir seine Schreie durch die Dienerhallen. Äh, warum spawnen hier auf einmal 20 Dinger? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brenne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch mal welche killen, oder? Ja, ich will daneben schießen. Ja, ich will daneben schießen. Gucken. Erstmal Aluminium. Nein, warum habe ich den Vorschlägekammer aufgehoben? Ich brenne wieder. Ich brenne wieder. Ich brenne wieder. Wir müssen gleich mal zur Dings-Süde, ne? Ah, ja. Zum... Campedampel-Dümpel. Ich muss ein bisschen was auflegen. Gamakalone. Was ist das denn? Keine Ahnung. Roboter, recht ist fein. Plastikmesser, neis. Du könntest ja in der Metallkiste es nix haben. Kommt man hier wieder raus? Entschuldigung. Du bist raus. Zauberer Bär, komm weiter. Kann der Klote wieder raus? Waffen-Werkband, was kann man hier machen? Ach ne, die andere braucht man, die Bastel-Werkband, ne? Für was? Wofür braucht man denn die Bastel weg? Wenn die Tür passt. Oh, level up. Oh, level up. Okay, Simon braucht ja noch ein bisschen die Haare für. Geht mal weiter. Ja. Wo geht's denn hier aus? Irgendwie hier. Ja. Ja. Ich habe ja versuchts, kann ich mir nicht... Ach! Da warst du wieder greedy, ja? Guck mal. Ja, wir müssen hier rein. Die andere Richtung geht ruhig aus. Das sieht vielleicht richtig aus. Kann man runterpfen? Ja, mach mal. Ja, mach. Trau dich. Verteidige die Poli. Ja? Was mach ich jetzt? Ich... Brenner. Ich kann dir nicht überholen. Von Leidenschaft. Ich bin voll, ich bin voll. Lalalalalala. Jetzt sind wir wieder am Start oder was? Ja. Cool. Okay. Haben wir die Notbarke aktiviert? Ja, hab ich. Ich glaub ich muss die auch noch aktivieren. Ach du Kopf. Okay, wir gehen jetzt mal zurück. Das steht auch. Die durchs Feuer gehen. Kehre zu Barney zurück. Ja, aktiviere die Notbarke. Ja, dann geh mal wieder nach unten. Aber als du kehrst du Barney zurück, das war mir auch. Ne. Ja, vielleicht kannst du überspringen jetzt. Ja. Ja. Da müssen wir nochmal suchen. Also du. Mehr kann ich bringen. Ich strotze eh alle weg. Also ich... muss zum Camp. Ja, 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 ja. Ich kann man sich nur Genetik nennen. Naja, was? Just say. Hallo. Danke. Danke. Oh mein Gott. Fick dich. Ja, ich muss noch mal rein. Nice. Echt? Hm. Das ist aber doof. Ich registre mich mal kurz. Du bist überladen. Du kannst nicht schnell reisen. Deine! Ich würde nämlich gerne Aluminium-lose Schrauben und Schrauben. Naja, ich klicke immer so Beute wie gerne. Die. Ähm. Ja, die Gegner sind natürlich wieder neu. Die. Jetzt kann ich schnell reisen. Wir fordern eine Feuerteufel-System-Registrierung. Ja. Ja. Da liegt jetzt ne doppelläufige und ne Axt. Ah stimmt, die doppelläufigen hätt ich alle looten können. Fuck. Äh, meine ich doch Henrik. Dann meinte sie, hab ich schon eine. Ja, ich hab auch schon eine. Ja. Aber es ist ja nicht der springende Punkt. Wie viele muss man denn zerstören, um ne bessere zu kriegen? Eine Menge. Ne, nicht ne bessere. Um Rezepte. So. Ja, du kriegst da ein Upgrade so. Eine Pläne fürs Upgrade. Die Frage ist ja, wo ist das? Ich hab nicht mehr ne Ahnung, wo hier die Barker war. Äh, ganz hinten Henrik. Einmal ganz durch. Da ist so ein roter Knopf. In der Mitte. Warte? Loll. 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 Krassi. Ja. Äh. Loll. Wo muss ich denn jetzt hin? Komm jetzt nochmal gegner? Bestimmt. Wahrscheinlich. Ich hoffe. Ja. Ja. Ah nö. Okay. Warum muss jemand auch nochmal mal was? Ne, ich muss das nicht machen. Ich bin mitgekommen. Das war so. Ja. Ja. Ich bin mitgekommen. Ich bin mitgekommen. Oh, das ist ja jung. Ich bin mitgekommen. Ich bin mitgekommen. Ich bin mitgekommen. Es ist wie ein Ramponsätour. Es ist wie ein Ramponsät nationaler. Ich hab mittlerweile so viel Strop-Munition. Sieh sie hier aus. Ja. Habt ihr echt keine Munitionsmonition? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kann euch den Sniper komplett schon auf Maximum. Ich hab alle Rezepte für Jagdgewehre. Ich hab wie docker 100 Jagdgewehre reingemacht. Das ist ein Shotgun-Munition. Was ist das denn? Da Schrotpatrone hab ich fast wie 100. Ja ich hab 500. Ich hab 20. Ich kann ja mal... Ich hab Munition hab ich... Warte mal. Das ist krank wie viel. Also ich hab 1500 Schuss 308er Munition. Ich hab 600 Schuss... 1500. Ich hab 500... Ja. Okay von denen hab ich grad mal jetzt 200. Ich hab... Aber ich spiel fast auch nur die Sniper deswegen. Ja ich spiel auch fast nur Sniper. Aber... Die Sniper die ich jetzt hab macht 50 Schaden. Ich bin Hank Madigan. Lieutenant bei den... Ja wir sagen mal die Werte von deiner Sniper. So. Waffen. Da. Die macht 50 Schaden. Feierrate 3. Reichweite 216. Präzision fast 90. Das ist die Macht. Ja ich hab... Aber die hat auch nen Scope so. Ja ich hab auch nen Scope. Man macht aber so ein bisschen mehr Schaden und ich hab auch noch... Stufe 10. Ich hab auch noch Bündungs... Ähm... Wer ist das? Das ist der Komplett. Ja da hab ich noch nicht geschraubt aber... Digga geht einfach so ein Scope. Das ist einfach ne richtige Waffe hier. Ja hier. Das ist die einzige richtige Waffe. Ja ich hab dieselbe nur... Wahrscheinlich hast du ein besseres selbe. Ne. Doch. Doch ja. Ja. Ja ich kann auch schon dir die... Die heftigsten Visiere raufballern wenn du willst. Wenn du mit dem was auch... Das Visiere ist ganz gut. Nicht zu heftig. Aber auch nicht zu scheiße. Was ist das denn der? Das war der Vier schraubt. Das war der Vier schraubt. Hm? Hm? Naja. Jetzt zurück. Nice. Und Level 16. So. Wenn man...